Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, sagt der Volksmund. Und er hat recht. Mit den Frischpflanzensäften von Schönenberger kommen sie gesund durch das ganze Jahr. Doch was macht sie so besonders? Schönenberger Heilpflanzensäfte sind Natur in ursprünglichster Form, denn sie bestehen zu 100% aus der frischen Pflanze und stammen überwiegend aus regionalem Bioanbau. Ganz nach dem Motto, vom Feld in die Flasche, werden die Pflanzen direkt nach der Ernte gepresst, Kurzzeit erhitzt und binnen weniger Stunden abgefüllt. Auf diese einzigartige Weise bleibt die volle Heilkraft der frischen Pflanze erhalten. Und das ganz ohne Zusätze in laborgeprüfter Qualität. Zu finden sind unsere Frischpflanzensäfte als freiverkäufliche Arzneimittel in Reformhäusern, Apotheken und dem Biofachhandel. Das Sortiment umfasst dabei mehr als 30 verschiedene Sorten. Von A wie Artischocke bis Z wie Zinnkraut. Ob für die Verdauung, Entwässerung oder Abwehrkräfte, gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen.